Was geht denn? Wunderschönen guten Tag! Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, willkommen in der Hood Cousine. Heute gibt es mal ein bisschen anderes Video. Und zwar werden wir auch ein bisschen schnippeln, ein bisschen in den Ofen was packen und so weiter und so fort. Heute mal ein bisschen informatives Video, was so die letzte Zeit abging. Es war ja zwei, drei Wochen, da habe ich kein Hood Cousine-Video mehr geböllert. Was aber nicht heißt, dass ich nicht koche. Ich bin immer noch am Kochen, weniger mit Cam, mehr für mich. Ich habe in dieser wunderbaren Hood Cousine ein bisschen Platz gemacht. Hier war ja alles voll mit Gewürzen, die auch nice sind, aber ich habe nicht alle davon verwendet. Und habt ihr jetzt hier oben im Schrank, das heißt Bam-Bum-Bang, wenn man was braucht, holt man sich einfach Chili-Limentensalz. Klar, Schiff machen ist übrigens auch immer ein gutes Thema, auch in the life. Nur mal angenommen, es gibt Zeitgenossen da draußen, die 40 Jahre brauchen, um so langsam anzufangen, ihr Life so ein bisschen aufzuräumen. Nur mal angenommen. Außerdem, heute noch eine Kleinigkeit. Ich werde versuchen, die ganze Zeit gerade zu stehen. Mir hilft dabei, falls es irgendwie von hinten komisch aussieht, wie Terminator-mäßig, ein Rückentrainer. Habe ich mal unter das T-Shirt angeschwungen, bedeutet, der zwingt mich, dass ich immer aufrecht stehe. Wenn ich nach vorne gehe, merke ich ja ein bisschen Dinge. Ich versuche es einfach mal. Wir testen alles. Wir testen. Genau so sieht es nämlich auch aus mit diesem wunderbaren Buch. In der Titelbeschreibung und in der Videobeschreibung verlinkt. Ich sage euch, wie es ist. Ich würde am liebsten alles spoilern. Ich würde euch sagen, was da jetzt schon die ersten 100-200 Seiten drinsteht. 1-2 Basics kann ich euch sagen. Ich aktiviere jetzt immer vor einer Mahlzeit eine grüne Vorspeise, Salat oder so. Oder, was wir heute machen, ich mache mir ein bisschen Brokkoli-Styles. Legen wir ein bisschen ein, Öl, Salz, Pfeffer, Backofen, 20 Minuten. Und die werde ich mir ein paar Tage im Kühlschrank dann aufbewahren und immer snacken. Eine wichtige Sache, die ich dazu sagen muss. Ich bin kein Fachmann. Wie in der Hood Cousine. Ich schnappe Dinge auf, lese jetzt zum Beispiel ein Buch, habe Aha-Momente und sage, wow, übertrieben, interessant und teste das. Das heißt, in ein paar Wochen kann ich vielleicht mehr sagen. Fühle ich mich fitter, dies, das, boom, bang. Ich habe wirklich 40 Jahre sehr, sehr viel einfach so, ach, ich mache einfach mal. Ach, komm. Aber gar nicht wirklich dafür irgendwas getan oder darauf geachtet oder mit sich. Wie gesagt, wir wollen nicht so tief eingehen, aber ihr wisst, innen, außen, dralala. Wer weiß, der weiß. Wer nicht weiß, weiß vielleicht irgendwann. Ich bin gerade mehr wieder draußen am Stream, IRL-mäßig, aufs Fahrrad, streamy, streamy und merke halt, dass es wie die Hood Cousinen damals, die Streams, Stream anwerfen und man hat selbst auch noch irgendeinen positiven Effekt. Jetzt nicht nur, wow, ich habe einen positiven Effekt, weil ich stream, sondern damals Hood Cousinen, jetzt Fahrrad, Streams draußen. Der erste Tag vor drei Wochen oder so war irgendwie 30 Kilometer. Zwei Tage danach bin ich irgendwie so Robocop-mäßig gelaufen. Aber man gewöhnt sich dran, man fühlt sich fresher. Und wenn man jetzt auch anfängt mit 40, endlich mal auch auf die Ernährung ein bisschen zu achten, zu gucken, was esse ich wie zuallererst, nehmen wir dieses wunderbare Calisto-Messer aus der Hülle raus. Ich hoffe, wir stehen seitlich ein bisschen aufrechter, aber ich merke, sobald ich nach vorne gehe oder ein Sack, zieht es mich nach hinten. Also ich glaube, das ist für die Hood Cousinen mal angenehm. Vielen Dank an Heisenberg. Ich küsse dich mit Haut und Haaren. Ein Thema, mit dem ich mich nie auseinandergesetzt habe, Leute. Zucker. Ich habe mich damit einfach nie auseinandergesetzt. Ich habe einfach mit das reingezwitschert, was mir schmeckt. Ich habe auch frühstückstechnisch eigentlich immer mit das reingezogen, was ich wollte, war aber eher so der deftige Typ. Die letzte Zeit morgens eher so Sojagurt mit Haferflocken. Aber, jetzt kommen wir direkt auf die eigenen Fehler. Ich haue mir da massiv Agave-Dicksaft drüber. Und da sind wir halt beim Hauptthema Zucker. Da habe ich mich, wie gesagt, nie mit auseinandergesetzt. Was hat Zucker? Zucker ist gleich Zucker, egal wie er heißt. Ich habe nie gelesen früher, habe ich auch nicht. Ich kann euch gar nicht sagen, wann ich mir mein Buch komplett reingezwibelt habe. Ich habe immer Bücher gekauft, dann habe ich die so ein paar Seiten gelesen, fand das ganz geil und dann nie wieder angefasst. Weil, zum Ersten, mich das irgendwie müde gemacht hat, ein Buch zu lesen mit der richtigen Beleuchtung. Das heißt, ich habe mir irgendwann so eine Schwanhalslampe gekauft, dann aber die immer anmachen, wenn man ein Buch liest. Und das Buch, also es, keine Ahnung. Dann wurde ich influenced vor ein paar Wochen mit einem Kindl. Habe gedacht, okay, ich bestelle mir das. Und bin seit jetzt einer Woche oder so extremer Fan von diesem Kindl. Das wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zscht. Aber die Anfangseuphorie ist auf jeden Fall da. Ja, seitdem bin ich nur am Lesen so. Ich bin nur am Lesen und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel gelesen. Fakt ist, ich möchte meine Glucosekurve flach halten. A.k.a. keine Glucosespitzen. Man kann auch durchs Leben steppen und auf nichts achten, so wie ich die letzten 40 Jahre. Oder man kann langsam anfangen, auf Dinge zu achten und vielleicht ist Leben dadurch noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Qualität dazu zwirbeln. Ich habe auf nichts geachtet. Weder was Nahrung angeht, noch was zwischenmenschlich, noch was Emotionen angeht. Ich würde sagen, ein Elefant im Porzellanladen beschreibt die Sache ganz gut. Auch bei meinem Latte Macchiato-Monts Karamell-Sirup to the fullest. Das Ding war halt komplett süß, war komplett zugeladen mit Zucker. Ich will nicht so viel spoilern, aber so ein Essig-Drink. Parallel dazu, ich vergesse die ganze Zeit hier diesen wunderbaren Brokkoli. Ich wollte gerade Blumenkohl sagen. Warum wollte ich Blumenkohl sagen? Ich bin absoluter Fan, die letzten Wochen, von Blumenkohl-Schnitzel. Blumenkohl in Scheiben gezwirbelt mit dem Kalisso-Messer, klack, klack, klack. Drei Minuten kochen im Salzwasser, dann abtropfen lassen, durch Mehl schwenken, durch Ei schwenken, durch Semmelbrösel schwenken. Pfanne mit Öl drin, mittlere Hitze, bam, 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 von beiden Seiten bis goldbraun. Danach abtropfen lassen, auf den Teller Zitrone draufpressen, Salz, Pfeffer nochmal drüber. Aber zurückzukommen zum Buch, wer dieses Buch anfängt, der Glucose-Trick und sagt, boah, die ersten Seiten ist mir sehr, sehr viel Fachgesimpel, sehr viel Fachwörter, sehr viel Biologie, die Stars, boom, bang. Lest weiter. Ich habe am Anfang auch gerade so, boah, krass. Der ein oder andere wird es schon mitbekommen haben. Wir haben einen wunderbaren Podcast aktiviert, der gute It's Pet Live und ich. Synapsensträuche mittlerweile die dritte Folge online auf Spotify, Apple Podcasts, hier auch auf YouTube. Und das ist irgendwie für mich wichtig, egal was ich mache, es muss so ein Fortschritt dabei sein, eine Entwicklung. Egal ob ich Twitch streamen und RP spiele und merke so, ey, das dreht sich im Kreis. Die Leute da dreht sich im Kreis, die Spieler dreht sich im Kreis, einfach alles dreht sich im Kreis. So dann höre ich entweder damit auf oder mache eine Pause. Eine ganz wichtige Sache noch, die vielleicht in der Euphorie vorhin so untergegangen ist. Ich will natürlich jetzt nicht, nie wieder. Also immer schwierig im Leben zu sagen, ich mache das und das nie wieder. Wie früher so. Einmal hat ein Kater vom Vorabend, ey, ich trinke nie wieder Alk. Habe ich auch sehr oft gemacht. Dann so ein paar Monate durchgezogen, ey, ich mache das und das nie wieder. Nie wieder zu sagen ist meiner Meinung nach einfach auch ein bisschen Bullshit so. Aber da macht auch jeder seine eigene Erfahrung. Für mich ist es persönlich so, dass ich natürlich jetzt nicht sage, ich esse nie wieder irgendwas Süßes. Bullshit. Dafür finde ich Süßigkeiten viel zu geil. Aber das Resümee des ganzen Videos hier ist, ich will die Glucosekurve flach halten. Keine Glucosespitzen. Ich würde mich natürlich wie immer wieder über ein Abo hier auf YouTube freuen. Über einen Daumen nach oben, Kommentare und so weiter und so fort. Auch auf anderen Plattformen gerne supporten. Bleibt gesund, seid lieb und bis ganz bald. Ahoi. 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 Ahoi.